wir gehen in die vorletzte party in die runden sechs bis zehn hier bei bausers magma berg und aktuell läuft es richtig gut für susi die hat schon den stern und die steht kurz davor ihren zweiten stern einzusacken und auch für den computer für luigi läuft ganz gut bei retro und mir naja läuft noch nicht ganz so aber wir werden natürlich unser bestes geben uns hier rein zu arbeiten vor allem retro der ist richtig motiviert jetzt endlich mal noch ein sieg nach hause zu fahren es bleiben ja nur noch zwei partys übrig schauen ob ihm das heute gelingt jetzt wünsche ich euch aber auf jeden fall erstmal ganz viel spaß bei den runden sechs bis zehn aber wenn zu sie dann zum zu bauser gehen müsste ja dann sehen wir zumindest ob es den stern verliert das kann natürlich auch sein ich habe es überhaupt gar nicht mehr in erinnerung wäre das war ganz am anfang mal abkürzung genommen weißt du wer am nächsten dran ist so mit einer 1 auf schanksteil oder du mit einer 3 auf schanksteil mit einer 10 kommst du glaube ich der will wahrscheinlich dann die nächste dann nehmen ihn direkt zum start bringen ja okay ja 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 Irgendwie erwische ich immer Susi dort an der Stelle. Vor allem, ich habe ganz innerlich kurz geflucht, weil ich dachte, dass du Peach bist. Ja. Wir können ruhig alle einen Stern verlieren, mein Bauer. Ich sag mal so, mich hat der Stern nichts gekostet. Ja. Das tausen wir immer so nördlich. Wir haben Schlüssel. Computer. Super. Super. Will dem jemanden Schlüssel abnehmen? Ich hoffe, dass er so... Schon mal überlegen, wenn ich hinter ihm stehe, könnte ich ihm auf den Kopf springen. So wie die Viecher von bleibt zu halten. Doch, es bringt doch was. Susi hat gar nichts gemacht. Wie sauer jetzt. Das ist doch nicht. Ja, mein Gott. Es sind, glaube ich, fünf Runden jetzt rum. Ja, ne. Ich habe gar nichts gegessen. Es ist irgendwie ein Muster in den letzten Partys. Was? So. Du musst doch nichts bezahlen. Ah. Okay. Oh. 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 Ach nein. Oh. Oh. In der? Nein. Oh. ich zöge das auch ein bisschen aus vielleicht kommt ja noch überhaupt klocken stimmt das hat man tatsächlich noch gar nicht mal gucken wäre phänomenal scheiße ok 22 sprünge müssen wir schaffen machen es malig also also wer raus ist ist halt raus ja so der verliert glaube ich sogar fünf münzen ich bin den anfang immer am schwersten alle geschafft jetzt ganz scheiße läuft dann führt luigi gleich mit den meisten sternen und meisten münzen kommend im ab und man kann sein schicksal wählen er macht selber oder hast du jetzt irgendwas gedrückt zu sie ja abend ist okay ich werde es besser auszusetzen wieso bekommt er zehn münzen bei kuba macht das was ich will ja ich werde gerade sagen eigentlich dass man auswitzt ok retro bekommen sternen nicht ganz ehrlich kurz davor stehen das heißt so sie könnte in der weg schnappen macht nur ein zähnen wird so was macht luigi geht erzeugen der wird zum bau so hat er schank sein oh mein gott ist letzter du kannst fast nur gewinnen ja das geht eine runde später warum nicht anders drum so was so richtig ja mal gucken yes ja ja morgen geht stand lang ja 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 okay gleich noch mal zu jetzt könnte ich sogar ein sternblauen aber nee das ist es mir aktuell nicht wert ha 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 ich gehe ich habe auch retro klauen das wäre quatsch retros letzte warum sollte ich jetzt weißt du retro liegt schon am boden ja und da ist ja nicht ich wollte das macht ja noch mal zehn münzen alter heute so was für da wäre ja 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 da kannst du auch rein scheißen als dirigent Siehst du eh wie auf Scheiße? Hauptsache er ist leck. Genau in falschen Momenten. So ich hab alles getroffen. Ich eigentlich auch. Naja, genau. Yoshi gewinnt eh nicht. Warum du das verstehst? Ich weiß nicht, ob wenn du alles triffst, wenn alle alles treffen, ob dann am Ende der gewinnt, der die meisten Knöpfe drücken, also am öftesten Knopf drücken muss. Keine Ahnung. Oder wer eben am hinaussten gedrückt hat, keine Ahnung. Naja, das weiß ich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs oder höher, genau wie vorhin. Das hieß doch jetzt doch nicht, ey. Der schwarze Faden, der rote Faden zieht sich dort, ey. Ey, das tut mir so unfassbar leid für dich. Das gibt's gar nicht. Du verschollt mich schon beim Huhn oder was? Du kriegst trotzdem nichts geschenkt, ja. Oh, nee, ey. Oh, nee, ey. Oh, nicht wissen. Oh, direkt vor mir. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Oh mein Gott, ey. Einzelspiel. Einzelspiel, das kommt ja nicht. Ich hab keine Münzen, also gar nicht nicht. Auch nicht wie das so ist wie schiefe Türme. Oh, tanze. Nee, das kann sich doch nicht. Jawoll. Das kann sich doch nicht. Gar nicht. musst du immer so schlecht bleiben wie möglich ja du musst ganz am anfang direkt fast ganz runter kurz bevor ja gut dann verlieren ja das ist ja die einfache strecke so ja dann trotzdem rein sie einfach oder ja ich glaube bei der schweren werden schon längst wurde gekommen auch sehr keine tipps gut für tipps habe ich schon zwei stelle nicht hat petro wirft einfach nicht jetzt aber ich wollte ganz alle zwei netz über schanksteine den stern geholt ja gut das macht jetzt auch keinen unterschied mehr sind da nicht mehr zehn runden rum ja es wurden schon fünf sterne verteilt da steht ihr kurz davor ja du sie wieder glaube ich ein ticken näher als du aber so sie hat noch kein geld auch keine münzen der pause mini spiel könnte das könnte ja so sie jetzt auch egal sein die massen und müll münzen für pausen zeichen 20 minzen oder so gleich noch großes münzbrügel hinterher dass ich das sehen euch eigentlich noch fertiger selten mensch das hat mir heute noch gar nicht mal gucken euch auch so viel kapp wie susi ja oder ob ihr mich einmal treffen ich fall direkt runter ich habe ruhe vor luisi ja ich nehme an es kommt dazu mühe warum fällt meine eigentlich immerhin und wenn ich das spiel und andere abschießt die fall nie hin kann mit dass man es gibt es gar nicht ja das schaffe ich in der zeit jetzt nicht mehr weil es ist der fliegt dann wirklich jedes mal aufs maul es gibt es wirklich nicht for real ich habe mir das mal einer erklären woran das liegt was josh hat ne er braucht nicht mehr schießen naja alter also kann mir das jetzt mal bitte einer erklären warum einer immerhin fällt also das verstehe ich überhaupt gar nicht damit es war eine erklär warum ich schaffe und joshy nicht also spiele pflanzen löpfen boden abger wie fühlt nur ich war so diesmal diesmal blind das kriegt dann gleich versagt ist das hier läuft man ich habe ich fast mit ihrem body ich habe so sie hat bis dahin ich ihn noch münden zusammen habe ich vielleicht auch mal die chance ja ja dann stehe ich kurz nach vorne kommt ein warblock ja ja nein das gibt es gar nicht ne das gibt es nur bei mir leiden einstern und geht zu pausa knecht klar ich wollte mir jetzt mich nimmt oder dich oder hast du ja 21 stimmt so wenig 14 münzen alter eigentlich jetzt erst mal geld ja da kannst du ja nun die rechnen endeffekt russi oder bitte nicht so sie bitte nicht so sie bitte nicht so ich habe den meisten darfst du dafür dann irgendwann meinen stern von mir nehmen auch kam fahren wir war wer da war es gewesen ja am anfang hat es zu sieben geworden ja ja letztes mal hatte ich jetzt immer gewonnen mal gucken wir uns diesmal kann sein dass es gerade ein bisschen nicht oder würde ich mir das bloß ein ich habe irgendwie keine ahnung ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020